Was ist die Schwarz-Gelbe Landesregierung? Und jetzt bezahlen wir diesen Unfug aus Bayern mit. Das, was Seehofer da unbedingt wollte, 7 Prozent nur noch für Hoteliers und Gaststätten. Das bezahlen wir aus Nordrhein-Westfalen. Wir bezahlen diese Desintegrationsprämie. 150 Euro für jedes Kind, was nicht in den Kindergarten oder eine Kindertagesstätte geht. Das wird dazu führen, dass Unterschichtenfamilien sagen, dann behalten wir die Kinder lieber. Hier sind 300 Euro mehr. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Wir wollen Kinder in den Kindergärten, in den Tagesstätten haben, damit sie frühzeitig integriert werden, damit vor allen Dingen auch Kinder aus Unterschichten, aus Migrantenfamilien Deutsch lernen. Und jetzt wird das praktisch als Desintegrationsprämie gezahlt. Ich finde das skandalös und eine Riesensauerei, weil damit CDU und FDP die chronische Unterfinanzierung der Haushalte, des Landeshaushalts und der Kommunalhaushalte weiter vorantreiben und die Menschen vor Ort spüren werden, dass sich das auf ihre konkreten Lebensumstände auswirkt. Schwimmbäder müssen schließen, der ÖPNV wird eingedampft, Schulen verlottern. All das läuft und passiert und Rüttgers weiß offensichtlich nicht mehr, was vor Ort los ist. Ich habe heute gelesen, dass Alt-Bundespräsident Scheel sich verzweifelt an die Landesregierung gewandt hat. Antwort Fehlanzeige. Also das ist wirklich skandalös und das ist unverantwortlich. Und hier nehmen Rüttgers und Pinkwart nicht die Interessen des Landes wahr, sondern sie wollen nur ihrer Koalition in Berlin dienen. Erst das Land, dann die Partei müsste die Devise lauten. Hier geht es andersrum. Vierhaar 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 Vierhaar